so genau dann geht man eure charakter auswahl und ich schnappe immer hier das rad und dann mal wer mit dem picken anfangen darf natürlich nie quia ist das eigentlich wenn ich jetzt ein bisschen auszume seht ihr das dann besser wird nur schlimmer okay damit darf nie quia den ersten pick machen weil ich die wir haben wir wieder schwarzen bildschirm wurde wieder her gewesen aus dem druck nein quatsch auf jeden fall nach jeder zweite hälfte ok jeder zweite hälfte wird eingeloggt von mit wir überlegt hier noch eine zweite hälfte und packt den bennett in die zweite hälfte erstmal safe ok schwingt schutzweiter hälfte schwingt schutzweiter hälfte bei mit vier schweiter hälfte schwingt zweite hälfte cool leider nicht nur weg so erste hälfte also erste hälfte sehr sehr gut erste hälfte erste hälfte bei stiw i guess ich nehmt thoma zweite hälfte in die zweite hälfte ayato zweite hälfte cookie zweite hälfte und die quia hat sein zweites team unten jetzt voll schon die erste hälfte schon die erste hälfte bei stiw eingeloggt elektrokopien würde ich mal sagen ich nehme coaching coaching kira ratzweiter hälfte kira da stimmt stiw ist neuer lieblings charme bei mit vier wurde ja und ja gepickt und bei stiwi jing scho war dann nämlich noch fische fische ok ob man euch beiden dann noch infos dazu was constellations und refinements angeht also shop catching r1 miss blätter und c2 für schatten nichts card freedoms von r1 c21 ich glaube das war es okay das ist nicht so viel c1 r1 ok dann sind das bei niqia 3 das heißt zwölf sekunden über niqia das heißt stiwi darf dann anfangen und niqia bekommt dann noch mal eine extra ansage dann dürfte beide schon mal in abyss rein und zum schlüssel vorlaufen so stiwi bist du bereit also eigentlich eigentlich nicht das ist das ist die richtige einstellung damit sie sagen 3 2 1 los und für niqia in 5 4 3 2 1 go stiwi hat die zeit jetzt hier genutzt und hat drei von den blumen schon weggemacht ich wäre ja aber schnell hinterher ich habe sicher auch schon mal zwei blümchen jetzt haben wir noch mal zurück zu der blume die ihren schild machen wir die währenddessen jetzt die dreiecke gestartet die blume will einfach nicht sterben es ist ja immer wieder die schlimmsten gegner im abyss sind einfach die wopper flowers eine wopper flowers sind einfach schrecklich stiwi hat hier noch drei dreiecke übrig niqia nimmt sich jetzt hier die dreiecke aber die keaching die rasiert natürlich die dreiecke das ist einfach wenn ich jetzt von gillette gesponsert wäre hätte ich ein gillette spruch gebracht mache ich jetzt nicht schon sehr 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 stark da wird ordentlich aufgeholt stiwi startet jetzt in die zweite hälfte hinein ja jetzt hier an den dreiecken ein bisschen hängen jetzt auch in die zweite hälfte und in der zwischenzeit macht stiwi hier radau gegen die abyss mages ist jetzt bei den lektors iqia hat die abyss mages hier an den rand geholt dass sie schön zusammen porten natürlich nahida sehr sehr stark aber natürlich mit thoma als einzige pyro unit könnte es auch interessant werden was den pyro player angeht gerade dann gegen die hydro shields nahida macht hier natürlich erstmal sehr sehr viel stiwi hat jetzt hier die lektor gleich in der schild phase muss natürlich dann aufpassen mit nur bändet könnte es natürlich survivability technisch etwas kritisch werden wobei es ist noch kirala dabei die habe ich ganz vergessen kirala kann hier natürlich noch einen wichtigen schild geben und auch alle drei im schild bei stiwi währenddessen bei niqia auch alle drei im schild und jetzt muss thoma zeigen dass er nicht nur bei ayaka sondern auch im abyss putzen kann hydro lektor hier auf jeden fall erstmal schnell down gemacht von der nahida bei niqia sind stiwi versucht hier gut die jungling ul zu verteilen das hat thoma deutlich besser gemacht als gedacht niqia jetzt hier durch durch 12 1 das war sehr beeindruckend einfach nur mit thoma kann sie nah ein bisschen schieben ja zweit so beide jetzt mittlerweile beim schroom angekommen niqia hat das schroom aber schon fast down stiwi fängt es gerade an schon ich hätte ich hätte echt nicht gedacht dass der thoma so schnell die cryo lektros weg macht das war schon beeindruckend zwar eins aber beiden klima beiden sehr klingen ja der extra play von cookie gegen die schilder ist ja auch nicht zu unterschätzen ich glaube das war auch das was ich einfach nicht gedacht hätte dabei es war schon ordentlich mit wir die panda manifestation hat ja auch gar keine chance und wir über rennt die hier einfach in dessen stiwi wird sich noch um das schroom und neqia geht jetzt in zwölf drei rein er rennt hier einfach durch neqia ist ja heftig schnell neqia ist wirklich schnell schön guten abend twice eu neqia ist hier einfach der marathon läufer spielt das hier aber auch sehr sehr clean stiwi fühlt man sich jetzt um die thunder manifestation das wird noch interessant ja ja als einziger healer natürlich abgesehen von der old nicht ganz so viel healing dabei gegen die tiere aber natürlich mit kitching in dem team hat man auch immer relativ viele iframes problem ist natürlich fischl der einzige charakter ohne iframe auch immer so ein thema aber hat auf jeden fall ordentlich damage dabei ganz gute klierzeit ist ja die zweite gruppe der tiere am start währenddessen stiwi noch an der thunder manifestation dran die knie in die tier wird als kreis praktikant eingestellt zum elbis machen warum als praktikant er könnte das theoretisch wahrscheinlich genauso gut wenn ich besser als ich kein einziger reset bisher jetzt sehr strong ja aber jetzt haben beide einmal resettet neqia in zwölf drei und stiwi in 12 2 ich habe nicht ganz gesehen was bei stiwi passiert ist ob es dann der manifestation hat da hat er eine juni einfach weggekommen bot genau bei den boostern ist es so das teurere booster ist genau dasselbe wie das günstigere aber du kannst halt nur ein booster pro stream einlösen und entsprechend kannst du mit dem teureren booster zwei pro stream aufmachen statt nur 1 eier to write ok eier to write willst du etwa ihn als seinen chef einstellen nie auch nicht ja also diese diese booster hier geht im stream einzulösen und natürlich auch in jedem youtube video ist ein code irgendwo versteckt denkt daran euch die codes regelmäßig abzuholen komischer meine gar nicht gesehen ich bin hier wieder bei der panda manifestation angekommen und die quia jetzt auch wieder bei der zweiten gruppe der tierchen aber das sieht jetzt hier schon sehr sehr gut aus jetzt ist er damit durch geht in die zweite hälfte mit nahi da die eröffnung ja guck die macht da echt ganz gut was gegen die crash jetzt hätte ich nicht gedacht ich bin wirklich beeindruckt von kuki an der stelle hätte ich nicht gedacht die macht da echt einen guten job jetzt hat der pyro shield geht natürlich dank jingsho auch sehr sehr schnell down stevie ist jetzt bennet unter der fanden der manifestation gestorben und die quia hat jetzt aber auch den baptisten erledigt und es damit durch zwölf drei durch das bedeutet meine lieben freunde die quia steht dann im finale gegen mr gravy und wir haben noch ein halbfinale zwischen stevie und maestro krypto und das werden wir jetzt dann als erstes ausspielen